Du bist Führungskraft und trittst demnächst eine neue Stelle an? Dann solltest du unbedingt eine richtig gute Antrittsrede halten. Welche neuen Inhalte eine solche Antrittsrede benötigt und warum die Antrittsrede auch heute noch zeitgemäß ist, das erfährst du in diesem Video. Hallo, ich bin Axel Rittershaus, dein Führungskräfte-Coach hier auf YouTube. Auf meinem Kanal geht es zu 100% um alle Themen, die mit Mitarbeiterführung zu tun haben. Also die erste Frage, ist die Antrittsrede noch zeitgemäß? Nun, wir sind doch alle viel lockerer unterwegs, wir duzen uns, da ist sowas doch, ach, sowas 1980. Aber der Punkt ist, auch heute haben Mitarbeiter immer noch die gleichen Fragen wie vor 20 Jahren, wenn sie einen neuen Chef bekommen. Selbst wenn du vom Kollegen zur Führungskraft wirst, werden deine früheren Kollegen Fragen haben, wie du denn jetzt als Führungskraft unterwegs sein wirst. Durch eine Antrittsrede kannst du deine Führungsfähigkeiten zeigen. Und wenn du eben nicht vom Kollegen zur Führungskraft wirst, sondern eben in einer höheren Hierarchieebene unterwegs bist oder gar von außen in das Unternehmen reinkommst, dann ist es umso wichtiger, die Antrittsrede zu halten. Aber gleich zu dem Begriff noch, es geht jetzt nicht um eine stocksteife Rede, wo du hinter einem Pult stehst und Anzug und Krawatte oder Kostüm und weiß der Teufel was. Nee, das muss nicht langweilig sein, das darf nicht langweilig sein. Das Ziel der Antrittsrede ist klar. Du beantwortest damit ungefragt die Fragen der Mitarbeiter zu dir als neuer Führungskraft. Und damit erreichst du erstens, dass du Gerüchte ausräumst. Die gibt es in aller Regel immer im Vorfeld, wenn eine neue Führungskraft kommt. Zweitens kannst du Sorgen und Ängste nehmen. Mitarbeiter haben Sorgen und Ängste, wenn eine neue Führungskraft kommt. Selbst wenn alles super läuft oder wenn du denkst, Mensch, ist doch eine super Situation. Mitarbeiter sind trotzdem in Sorge. Und drittens kannst du gleich eine Orientierung geben, was zu erwarten ist. Zum einen hinsichtlich der Arbeit an und für sich und zum anderen auch hinsichtlich der Zusammenarbeit mit dir. Das ist übrigens umso wichtiger, je unbekannter du als Führungskraft bist. Das gilt insbesondere dann, wenn du von außen ins Unternehmen reinkommst. So, und was ist bei der Antrittsrede dann zu beachten, abgesehen davon, dass sie gleich am ersten Tag durchzuführt ist? Wir gehen mal durch die neun Punkte der Agenda durch. Punkt Nummer eins, die Begrüßung. Wirst du sagen, ja, ist doch klar, dass da eine Begrüßung eingehört in die Antrittsrede. Aber ich frage dich mal ganz konkret, warum schaust du dieses Video an? Warum schaust du das Video an? Wahrscheinlich, na ziemlich sicher sogar, weil dir die ersten Sekunden dieses Videos irgendwie gefallen haben oder Neugier geweckt haben oder interessant für dich waren oder spannend. Und deswegen hast du überhaupt weitergeschaut. Und genau das musst du erreichen, wenn du mit deinen Mitarbeitern kommunizierst und diese Antrittsrede hältst. Die müssen sofort am ersten, in der ersten Sekunde merken, oh, jetzt wird es interessant, da muss ich zuhören. Und zwar bitte positiv, nicht, indem du sofort mit Drohungen beginnst. Dann hört man dir auch zu, aber dann hast du einen ganz, ganz schlechten Start. Mitarbeiter sollten denken, boah, spannend, da will ich zuhören. Und was sollen sie dann hören? Agenda Punkt Nummer zwei der Antrittsrede. Die Vorstellung deiner Person sollte beinhalten, dass du aufzeigst, was du beruflich schon gemacht hast. Und wenn du jetzt schon eine lange Karriere hast, dann brauchst du nicht bei Adam und Eva anfangen, sondern wähle die Punkte aus, die für die Zusammenarbeit mit deinen jetzt, dann neuen Mitarbeitern wichtig sind. Wenn du zwei, drei Beispiele aus der Vergangenheit erzählst, dann sollte mindestens eines der Beispiele auch von Schwierigkeiten handeln und wie du diese gemeinsam mit deinen damaligen Mitarbeitern gemeistert hast. Bitte stell dich nicht als der alleinige Retter dar. Das sorgt für relativ unangenehme Eindrücke von dir, wo dann Mitarbeiter eher denken, oje, wieder so einer, der denkt, er weiß alles. Agenda Punkt Nummer drei bei der Antrittsrede. Vorstellung deiner Person, menschlicher Teil. Also menschlich solltest du natürlich immer sein, aber hier geht es darum, dass du dich als Mensch, als Privatperson auch darstellst. Je nachdem, wie viel du preisgeben möchtest, solltest du schon, selbst wenn du nicht viel preisgeben willst, schon ein bisschen deutlich machen und aufzeigen, wie du so als Mensch bist. Vielleicht ein bisschen über dein Privatleben, Familienleben, Hobbys, Sport, was du machst, irgendwelche vielleicht auch gemeinnützigen Dinge, die du unterstützt, sodass man dich als Mensch besser einschätzen kann. Denn die menschliche Ebene, die wird darüber entscheiden, wie gut ihr zusammenarbeiten werdet. Und damit kommen wir zu Agenda Punkt Nummer vier der Antrittsrede. Deine Ziele und die Vorstellung von der Zusammenarbeit. Du solltest jetzt dann gleich sagen, okay, wo wollen wir gemeinsam hin? Wo wollen wir gemeinsam, wichtig, hin? Welche Ziele verfolgst du? Wenn du neu dazukommst, kannst du vielleicht noch nicht alle Ziele definieren, aber eine Richtung wirst du schon haben und auch eine gewisse Vorstellung für die Zusammenarbeit solltest du äußern. Bezüglich unserer Zusammenarbeit, wenn dir das bislang gefällt, dann drück jetzt auf den Daumen nach oben Knopf und gib mir dadurch positives Feedback. Punkt Nummer fünf bei der Antrittsrede, was Mitarbeiter von dir erwarten können. Sag ganz klar, was Mitarbeiter von dir erwarten können. Natürlich hast du Erwartungen an die Mitarbeiter. Das hast du ja vorhin schon geäußert bei deinen Vorstellungen von der Zusammenarbeit. Aber jetzt sag auch mal, was Mitarbeiter von dir erwarten können. Beispielsweise jemand, der Antworten gibt. Vielleicht bist du auch jemand, der keine Antworten gibt und die Mitarbeiter über einen Coach und den Führungsstil selber zu Lösungen führen möchte. Was können Mitarbeiter von dir erwarten? Das solltest du zum Ausdruck bringen. Dann bei Punkt Nummer sechs der Antrittsrede, wie man am besten mit dir zusammenarbeitet. So eine Art Handbuch zum Umgang mit mir als Führungskraft. Ich kenne ein paar, ganz wenige, aber ein paar Führungskräfte und das kommt dann immer sehr gut an. Die haben so ein kleines Handbuch oder so ein Top-10-Tipps zum Umgang mit mir, wo beispielsweise draufsteht, sprech mich nicht an, bevor ich meine erste Tasse Kaffee getrunken habe oder wenn etwas dringend ist, dann ruf mich an und schick mir keine E-Mail, denn ich lese meine E-Mails nur zweimal am Tag. Solche Dinge, die vielleicht eine Kombination sind aus etwas eher auch Humorvollem und auch etwas, was wirklich für die Zusammenarbeit wichtig ist. Punkt Nummer sieben bei deiner Antrittsrede, wie werden die nächsten Tage und Wochen ganz grob aussehen? Es ist ganz wichtig, dass du deinen Mitarbeitern eine Orientierung gibst, wie es denn jetzt weitergehen wird. Was passiert in den nächsten Tagen und Wochen? Wie sieht auch dein Zeitplan aus? Vielleicht bist du in den internationalen Unternehmen und kannst deinen Mitarbeitern sagen, okay, also ich werde ab nächster Woche erst mal drei Wochen durch die Welt reisen, um alle Niederlassungen zu besuchen. Sag es ihnen, dann wissen die auch, wie sie dich erreichen können, ob sie dich erreichen können und was es bedeutet, wenn du nicht im Büro bist oder virtuell nicht zu erreichen bist. Gib auch einen Einblick darauf, wenn du bestimmte Veranstaltungen, vielleicht irgendwelche Offsites oder Workshops durchführen möchtest, gibt es schon mal bekannt. Übrigens, wenn du dir bislang denkst, oh je, jetzt waren schon sieben Agenda-Punkte, ich kriege gar nicht mehr alle zusammen. Kein Problem, diese Agenda und weitere Tipps für deine Antrittsrede findest du in einem Artikel, den ich hier und in der Beschreibung verlinkt habe. Aber bevor du den Artikel liest, schau erst das Video zu Ende und gib mir einen Daumen nach oben, wenn es dir gefällt, was ich hier so erzähle. Punkt Nummer 8 bei deiner Antrittsrede, kündige Einzelgespräche an. Du solltest, das generell ein Führungsratschlag und Tipp von mir, am Anfang sofort Einzelgespräche mit deinen Mitarbeitern führen. Jetzt kann es aber sein, dass die Mitarbeiter sowas gar nicht gewöhnt sind und denken, oh Mist, wenn mein Chef mich zu sich bestellt, dann bedeutet das, ich bin gefeuert. Nein, du solltest zum Ausdruck bringen, was du eigentlich damit erreichen willst. Am besten sagst du sowas sinngemäß, liebe Mitarbeiter, ich werde in den nächsten Tagen Einzelgespräche mit euch führen. Einzelne von euch haben schon die Termineinladung dazu bekommen. Und worum wird es dort gehen? Ich möchte euch kennenlernen. Ich möchte dich einzeln kennenlernen und ich möchte, dass du mir auch Fragen stellen kannst. Und in diesen Einzelgesprächen werde ich die meiste Zeit zuhören, weil ich einfach von dir viel erfahren möchte. Du musst nichts dafür vorbereiten. Komm einfach in den Termin und dann stelle ich dir Fragen zu dem, was du tust, was gut ist, was besser werden kann. Aber du musst nichts vorbereiten. Gebe das gleich in die Runde. Dann werden die Mitarbeiter wissen, okay, das ist mal ein Chef, der offensichtlich wissen will, was wir denken. Und das ist sehr positiv. Und Punkt Nummer 9 bei deiner Antrittsrede gibt es Fragen. Du solltest unbedingt Zeit einplanen, dass man dir gleich Fragen stellen kann. Es ist eher unwahrscheinlich, dass da viel kommt, aber indem du das tust und das wirklich auch noch Zeit dafür gibt, nicht am Ende nach dem Motto, oh, ich habe noch 30 Sekunden Zeit, gibt es noch Fragen? Das ist doch Blödsinn. Nein, es sollte noch hinreichend Zeit dafür sein, wirklich Fragen zu stellen. Und wenn du welche bekommst, dann solltest du die auch beantworten oder sagen, ich werde mich darum kümmern, denn das kann ich momentan noch nicht beantworten. Falls du dich fragst, ob so eine Antrittsrede nur vor Ort stattfinden kann. Nein, die kann natürlich auch remote und virtuell per Videokonferenz durchgeführt werden. Und dann ist es noch wichtiger, dass du eine ganz klare, stringente Agenda hast, die du dann abarbeitest und sehr, sehr gut auf den Punkt kommst, damit man dir wirklich auch zuhören will. Wenn dir die Tipps gefallen haben, dann abonnier doch jetzt den Kanal, gib dem Video einen Daumen nach oben und seh dir gleich die beiden nächsten Videos an, die ich für dich rausgesucht habe. und denk immer dran, Glück ist ein Talent. Und dann sagen, gelesen immer so, язnd deathdose und cribbedeigt. und Mobile auch auch ihm